Servus meine Lieben, hier ist der Patrick und willkommen zu einem neuen Video von Caresmatic. Also meine Lieben, wir haben einen wunderschönen Aston Martin DB9 Cabrio aus 2005 heute bei uns. Der bekommt ein Full Detailing, das heißt wir werden den Lack 2-3 stufig cutten, danach ein schönes Finish fahren und anschließend komplett den Lack mit Keramik versiegeln. Plus wir werden die Glasflächen versiegeln mit Keramik, wir werden das Verdeck imprägnieren, wir werden die Felgen abnehmen, innen und außen polieren und versiegeln, plus die Bremssättel, plus die Radkästen, damit das Fahrzeug wieder top dasteht. Wir werden wie immer das Maximum rausholen, plus das Interieur werden wir komplett einmal aufarbeiten. Das ist ein sehr, sehr anfälliges Leder, das bekommen wir auf jeden Fall aber hin. Der Lackzustand ist ganz okay, wir haben vorhin mal die Mühe gemessen, das ist auch noch ganz okay. Das heißt, wir werden auf jeden Fall das Maximum da rausholen und auf jeden Fall richtig, richtig Gas geben. Bleibt gespannt, guckt es euch an. Also. Also. Bis zum nächsten Mal. 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 Hammer. Bis zum nächsten Mal.